. . Einmal wollte ich schon immer auch als Ministerpräsident hier auch mich mal umsehen, wie es den Soldaten hier geht, die aus Bayern kommen. Aber in der Zwischenzeit will ich mich natürlich auch noch viel intensiver über die Gesamtsituation informieren und ich habe den Eindruck auch aufgrund meiner Gespräche mit den Generalen, dass die Bundeswehr hier einen hervorragenden Job ist. So, wieviel Prozent kriegen wir hier auseinander, an wieviel Prozent? Alles was frisch war, kommt aus dem Land. Das ist ein Bundeswehr. Noch der Residenz, den Sportler war er verliebt. Ich habe mir das ganz gut gefallen und finde ich ganz gut, dass er mal hier ist. Ich weiß nicht, was das noch sein soll. Mir gefällt das hier ganz gut und ich würde auch noch länger machen, aber es geht leider nicht. Bis zum nächsten Mal. Nein, geht weiter. End. 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 End.